Hallo Nation, wir haben tolle Neuigkeiten von Borussia Dortmund, aber zuerst, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und diese Neuigkeiten nicht bemerken möchten, empfehle ich Ihnen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie zuerst aktualisieren werde. Hand hier auf dem Kanal, zurück zum Thema. Gut gelaunt zeigte sich Sebastian Haller beim ersten Training von Borussia Dortmund auf dem Trainingsgelände in Marbella, nach zwei Operationen und einer Chemotherapie gehörte der an Hodenkrebs erkrankte Stürmer am Freitagmorgen zum Reisekorsett des Bundesligisten, der den Dortmunder Flughafen Richtung Andalusien verließ. Später war Haller beim Aufwärmen mit seinen Teamkollegen im ersten Training zu sehen. Das weckt Hoffnungen, dass der Ibora auf dem richtigen Weg zurück auf das Feld zu sein scheint, der 28-Jährige, der zu Saisonbeginn für eine BVB-Rekordablöse von über 30 Millionen Euro verpflichtet wurde, soll seinen Rehabilitationsplan fortsetzen und mit seinen Teamkollegen auf dem Feld trainieren, berichten zufolge waren die Ergebnisse der Anfang der Woche durchgeführten Leistungsdiagnostik ermutigend. Bereits am Donnerstag war Haller beim Mannschaftstraining zu sehen, in Abstimmung mit den Ärzten ist ein berutsamer Aufbau ohne Druck geplant. Nur er gibt das Tempo vor, sagte Sebastian Kehl zu Beginn der Vorbereitung, der Sportdirektor hofft aber auch auf eine baldige Rückkehr des Stürmers, wir wollen und müssen in der zweiten Saisonhälfte eine bessere Rückrunde machen als in der ersten. Und dabei kann uns Sebastian sicherlich helfen. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten zeichnet sich beim BVB eine personelle Entspannung ab. Zur Erleichterung von Trainer Eden Terzis war der komplette 28-köpfige Kader an Bord. Das erhöht die Chance, an Schwächen zu arbeiten. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen. Und das ist eine Umarmung und ein Abschied.